ich denke mal bis hier bis zum komposter direkt muss gucken ich habe vorhin ja ganz frech die komposter ausgeräumt ist in ordnung kein problem ja ich habe glaube ich noch drei dafür stext er hat doch das bringt doch schon ganzes ende mehr platz es ist offen schon fast ein raum mehr so dass das hier alles passt das interessiert dann sowieso nicht was da drunter ist wunderbar hier hinter kann man sogar noch im grunde irgendwie was verstecken oder was auch immer ich werde auf jeden fall auch irgendwann mal wieder eine brauanlage bauen aber die werde ich wahrscheinlich offline bauen und werde ich dann einfach mal zusammenschneiden im schnelldurchlauf wie ich das dann gemacht habe oder was heißt schnell normal durchlauf schneide ich dann einfach ein bisschen schick für euch weil da brauche ich dann doch immer ein bisschen ruhe weil das dauert ist aber natürlich eine alte brauanlage die kann man auch ohne mods bauen kannst du den chat fragen wie man so eine truhe aufsammelt welche truhe diese chester diese lauf dinge nero weißt du wie man diese truhen aufsammeln kann die laufenden so nach links in stahl auch mit sticks könnte gut aussehen ich will es moderner haben ich will den stall eigentlich ein bisschen weiter weg also nicht zu weit aber vielleicht mache ich das auch so dass man da in der höhle irgendwie dann dahin kommt hier sind jetzt die komposter ja das auf jeden fall schon viel aber blöd mann so jetzt esse ich auf jeden fall die bürger ich habe eier in einen garten gelegt nicht kaputt machen soll das ist das nämlich meine eier weg ich will keine schlangen die hier im garten nämlich auffressen wollen nimm deine dinge mit nimm sie wieder mit nein ich habe es angegriffen wieso kann ich es nicht mitnehmen klopp echt mal ich nicht ich habe noch kein tofu gemacht ich habe das von akari gekriegt woher es ist voll schick aus wie der großtaste sagt dann eben gerade damit damit man die ein das sieht echt schick aus hier haben vier Euro für das Buch und auch das ist so ja wohl brauchst du eine Presse der Presse ist bei mir in meinem die gar nicht habe ich schon um ich sag schon einiges an tofen gemacht dass wenn du es ist welches Haus zu sehen na es ist dann es ist ein Pokémon was machst du da unten Alter beklau mich nicht ich bring dich um nein ich guck nur rein ich beklau dich nicht ich kann sich auch gerne umbringen und gucken was ich hab aber ich hab wirklich nix ich schwöre ich will keinen Assi ich hab nicht genug bist du nicht also wirklich nicht Nick nein ich guck ob hier was essbares ist ja Erdbeeren darf ich die haben brauchst du was zu essen ja ich brauch was zu essen dann gibst du Kari die hat immer was zu essen ja ich mach auch Cheeseburger und Speckburger und keine Ahnung was kannst du mir in echt einen machen kannst du auch Krabbenburger machen ja mach mal in echt einen und komm mal vorbei wo wohnst du nochmal Bacon Cheeseburger richtig cool dankeschön bitte so boah coole Sache der war gut auf jeden Fall den bringe ich soll ich dir noch einen mitgeben da boah coole Sache vielen Dank ich brauch halt Weizen ich brauch Weizen und Sojabohnen dann kann ich auch eine Sojabohnen probieren Alter hör auf mich zu schlagen du Blödmann guck mal wie sie sich schon wieder rechnen will haha sie holt das Schwert raus hä was soll das wieso hast du mich umgebracht du Stück äh lass mich um das anzugreifen lol da ist ne Delle im Holz guck mal hier rein ohne Spaß da ist ne Delle im Holz guck mal ist das Absicht wo ist da ne Delle im Holz da ist ne Delle im Holz siehst du es nicht da ist gar nix da ist nix ich schick dir ich schick dir Screenshot Leg warte kurz lord jetzt ist sie weg warum regnet das die ganze Zeit das nervt voll ja das nervt ohne Spaß Active jetzt gib mir mal bitte diese Flügel ohne Spaß ey die mit den Flügeln kannst du aber nicht fliegen ne das weißt du ne doch er kann damit fliegen das ist gar nicht Spaß ach weiß Bescheid so das ist wie ein Cartman im Wafo hehehe gib mir mal bitte die Flügel jetzt ist in meinem Haus so ein hässliches Stück Stein ey dann baust du ab? ja mach ich auf jeden Fall jetzt also das ist der so mal gucken dass ich den Punkt hier irgendwie weg bekomme so gut dann kann ich immer ohne beide löschen weil das interessiert kein Schwein mehr so das wichtigste ist einfach zuhause hier jetzt muss ich auf jeden Fall mal gucken wo ich hier einen Durchschlag mache oder warum mach ich das so hehehehehe hehehehe 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 lol wieso wie spät ist das? kann man jetzt noch rausgehen? ist dunkel? die wurde gekickt draufgelaufen haha najaa so ja das kommt dann wenn du andere killst ne ich kill hier niemanden nicht was sagst du Karin? also ich bin draußen ja es wird gar nicht dunkel hä? jetzt muss ich gucken ob ich ich hab rohen rohen Thunfisch weißt du ich würde dich ja in Ruhe lassen wenn du mir die Flügel überreichen würdest so ach komm du bist echt eklig kannst du nicht immer alle so lange quälen und nerven bis sie dir geben was du willst ja doch ich seh das nicht ein der fliegt ja einfach vor mir weg so und ich find das einfach unfair ja und wenn ich dann auch geile Sachen bekomme kommst du ja an Klaus für die ne tschüss 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 Zeli oh hier ist ne geile Plantage aber wieso ist die überhaupt rausgekommen äh rausgegangen und nicht reingekommen hier Flo ist ja auch da hinten ne strawberry alter so oh 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 au hat sie nicht gesehen oh was ist das denn? Japanese ich muss gucken dass ich jetzt auf jeden Fall noch dann das Holz kriege für den Boden und dann reicht es eigentlich letztendlich ich mach dann vielleicht noch eben schnell die zweite in der Boden die Etage boah ist das ein geiler Baum da hinten ach so is that way to see ist er das nicht sogar? da so das soll der mal bei mir machen dich einfach umbringen oder dich nerven bis du ihm das gibst was er haben will eins von beiden Alex fuck mein Name spielt auch kein Chaos wieder geschrieben wird ha? so alle sagen Steffen aber ich werde nicht mit SCH geschrieben sondern mit ST und das würde man ja Steffen ausfallen ist das der ist das der ja man ist das der nicht nein ich muss noch weiter nein nicht sobald man rennt ist das Essen so schnell weg alter ja mua mua ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt du warst in meinem Haus das ist Hausfriedensbruch au was war das denn? wenn die mir frech ist dann baue ich den Treibsand oder so ein Bett ja genau das bringt doch eh nichts auch echt jetzt? weiß ich nicht ich dachte das ist nichts großartig bewirkt ja warte ich hab so viel Treibsand eingesammelt ey hol mich mal hier jetzt wieder weg ohne Spaß ich hab keine Sachen dabei um mich hier raus zu kommen ach au schon wieder Hungry also das machen was ich machen will zack die sind ja nicht zugekommen die sind ja nicht zugekommen also echt ich hole nur noch das Holz und dann Nick, willst du noch das? ja ich rede doch die ganze Zeit mit dir nee entschuldigung mein Sohn ist aufgewacht ich wollte dir schon sofort wieder zurück tippen doch er fehlt einfach ein Stück ich guck da noch rein stimmt mal deine Basis ich esse jetzt eine Erdbeere stimmt mal deine Basis ich bin einmal gehauen der ist nicht kaputt gegangen sondern einfach schon so ja da ist es hey ich mach mir bald auf jeden Fall die nützlichsten Items zum anbauen weil lange mache ich das so nicht mit diese eklige Kacke aha was ist man naja ist in game und gegangen ohne dass man es sehen kann ich mach das nicht äh hier ich hab dir sogar deine Vögel gedroppt ah korrekt wo sind die oh Gott er hat sein Willen gekriegt hat er das ist ein Angel Ring glaub ich dass das Flügel ist doch das sind die Flügel kriegst du einen Anal Plug dann bist du zufrieden man drück doppel drück doppel Leertaste oh so Tesla 24 ist an Bord vielen lieben Dank fürs Folgen ich muss dir eine Hand haben nö den kannst du im Invertrag nein es ist kaputt gegangen naja das reicht eigentlich ich geh mal nach Hause Schatte 35 Klasse lol ich hab jetzt alle verloren ja so ich weiß zumindest das GTA 5 jetzt auf meiner nächsten Einkaufswichte steht was denn GTA 5 ach so ich dachte Burger für mich ja Burger du kannst gern einen haben ne aber so in echt weißt du dann ähm machst du die extra für uns fertig so richtig geile Cheeseburger mit warmen soll ich die dann von Österreich zu dir schicken oh das ist natürlich ein bisschen weit ich dachte dass du vielleicht ein bisschen näher dran wurdest das ist natürlich schade das wäre dich so gefeiert wenn du nicht weit weg wohnen würdest jeder baut jeder ist so cool und baut und gut und keine Ahnung und bei mir sieht man jetzt äußerlich genau ein Feld das was noch nicht gebaut ist sonst bin ich immer so die eigentlich echt nichts hinkriegt bei Minecraft weil sie einfach nicht so viel zockt ne und dann sind alle schon so weiße Kuckuckwo und das ich hoffe dass ich es auch weiter schaffe als das hier was denn ich hab mega den geilen Loot gefunden was machst du hier Ling Ling Fishing Rod Alter ich hab mega den geilen Loot gefunden Raw Catfish Rod was machst du hier Mann gar nix hier ist voll die voll der Fischerloot Alter von Gott ich muss mir eine neue Axt machen meine ist kaputt gegangen ich geh nochmal soja Bohnen klein ohja so jetzt baue ich hier nochmal den Rest hin unten habe ich hier auch noch was wem gehören die Felder hier das ist ja intolerant ich kann gar nichts mehr essen was ist die Felder? die Felder hier unten Steffen kann auch nichts mehr essen äh komplett ähm ja komplett ausmachen und dann wieder starten dann gehts wieder so kann er essen ja ich weiß nicht ich hatte jetzt auch die ganze Zeit keine Probleme ja aber das hatte ich ja auch schon Steffen ah ihr hört mich wieder nicht das hatte ich auf jeden Fall schon dreimal heute ich hatte es vorhin gerade ja einfach ausschalten neu starten ja genau das sollst du machen einmal ausschalten neu starten das hatte aber auch wirklich komplett zu tun wirklich komplett zu machen hast du das gehört? oh man ey das dauert so lange oh man ey aber sonst funktioniert das nicht so ich hab den Skorpion gekrittet und der ist mit einem Hieb gestorben als ob ich jetzt den ganzen Weg zurückfliegen darf alter ja doch ja doch warum? hab ich verdient doch das ist doch schlimmer als der Tod und hat nen Kick ja du weißt Bescheid soo eine Magical Dino Land Mod zack eine Magical Dino Land Mod zum arg bezaubernden Minecraft lol äh ich kann meinen Rucksack nicht mehr öffnen ja keine Ahnung ich sag irgendwas stimmt mit dem Server nicht ne da ist halt Nitrado ja 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 Nitrado fix this stuff please bitte wie gesagt ich hatte doch nie Probleme mit dem Nitrado Server sag mal wir hatten hier so viele fette Felder hier mitten hingebaut ja der Flo ja würde ich mir überlegen auch eigentlich mal holen ey ohne Witz Steffen und Flo können doch auch wieder nach oben kommen wir sind ja jetzt zu weniger ja ja warum sitzt hier warum sitzt hier ein Creeper ja was hast du genau vor meiner Höhle sitzt ein Creeper oh das ist natürlich echt nicht nur einer zwei weil einer ja nicht reicht letztens haben mich drei angeguckt Achtu hallo Creeper hier hin hallo hallo so mich wundert dass ich meine Müdigkeit heute überwinden konnte ja hast du jetzt voll hast du eh eh hast du zufällig und Flint einen Flint er muss ich oben in der Kiste schauen da renne ich jetzt nicht hoch naja kein Problem ich geh schnell ich finde euch nicht wieder LOL wo ist denn du hin Alter wie du spawnt da immer auf meinen Wambus so ein Scheißgott Jumann ich wurde weggeportet Alter ich wollte doch nicht da hin er kann Fleisch hier verderben nein definitiv nicht weil sonst wäre mein ganzes Fleisch schon schlecht gewesen sonst wäre es echt schon schlecht gewesen das kann ich mir nicht vorstellen so die Fenster muss ich eh nochmal abändern also das ist jetzt eh Provisorium reines Provisorium hier Alex bist du noch am Start oder sind deine Augen schon ganz klein naja der war gut Kappa Kappa warum war der der gut so Max und Maggie Hallöle Moin na schau doch nochmal rein Hallo Max und Maggie Schau nochmal zum Schluss vorbei weil ich bin nämlich jetzt auch gleich fertig im Grunde habe ich es jetzt gerade sozusagen gefinished für heute wer so weiß ich gar nicht ich bin mit dem hier noch nicht so ganz zufrieden ehrlich gesagt ein Schaf ein Schaf ein Schaf ich bin noch nicht so ganz sicher wie ich das da mache ich gucke noch Alex ist noch wach ich gucke noch ich gucke noch zu lang kann ich heute eh nicht machen weil wenn ich morgen so lange Auto fahre ja das ist natürlich dann auch gar nicht so gut wenn man dann so ist das schon morgen so direkt übermächtigt ist man ich fahre morgen morgen Mittag fahre ich los zu Empty na zuerst fahre ich mal zu meiner Freundin in die Pfalz Samstag geht es dann zu Empty und dann geht es mit Empty zu Lauchy kannst du es bestimmt auch mal besuchen ja klar gerne das ist voll cool ich finde das voll toll ich will das auch irgendwie mal machen irgendwie mal später alle besuchen sozusagen ja die 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 Amy und der Steffen kommen ja auch zu meiner Hochzeit ja ich muss schon wieder disconnecten ich kann schon wieder nicht essen ja ja und vor allem da ich ja jetzt eine Festanstellung kriege du hast jetzt noch mit Zaun wird das mit der Hochzeit nicht mehr so allzu lange dauern das ist cool da können wir uns doch schon mal drauf einrichten ja so ja Max und Maggie auf jeden Fall geht es uns wieder ganz fit oh ich hatte gestern wurde mein Weißerzahn gezogen aber wieder alles fit soweit Steffen ist ein bisschen heiser genau die Carrie ist auch mit dabei na klar hier findet man alle wieder unser Treffpunkt hier ne die Carrie ist halt dabei ist ok ja der Active natürlich auch ne ne jetzt ist ne kennen dich die beiden eigentlich also Max und Maggie Max und Maggie deine Zuschauer sind auch so abgehoben die kennen keine achso die sind so abgehoben ja Active muss man noch kennen Active man so ja das war ja ein kurzer Regen da hat wieder jemand gescheatet ja ich hab ohne Witz ich hab nur wenn es hier schneit auf dem Berg extreme FPS drops so also das ist das was wir heute geschafft haben an einem Abend es stand noch nix es war wirklich nur ein Erdloch ich mein es ist noch nicht perfekt lol der Nick ist wieder da bisschen vergrößert auf jeden Fall es gefällt mir mein Essen bringt mir nichts das ist klar Nick tschüss Junge ey gehol mich jetzt zurück ey du wolltest mich töten na ich bin doch weiter geflogen ja es ist auf jeden Fall ganz nice jetzt erstmal ein kleiner schnuckeliges Häuschen mal gucken wie wir das hier mit den Durchgängen noch machen ob ich das ein bisschen größer mache ein bisschen kleiner das weiß ich nicht hier kommt irgendwie eine schöne Bank und dann kann man irgendwie rausglotzen oder so und ich kann auch nicht mehr essen ich muss schon wieder vom Server ja Steffen kann irgendwie essen aber es bringt ihm anscheinend nichts und ja so langsam nehmen die Serverprobleme zu desto länger man auf dem Server ist habe ich das Gefühl ja wir sind auch ziemlich viele Leute wir sind auch viele Leute aber deswegen ich habe ja gesagt eigentlich bis halb 10 stream naja jetzt sitzen wir hier ne ich hab nicht mehr OP so das Vergnügen mit dem Herrn hatten wir noch nicht ja das ist der Active der lacht immer so fies so scheußlich und der Nick ist auch noch da Nick sag mal was grüß Gott grüß Gott sagt er grüß Gott sagt er ja äh schüss ordnungsgemäß verabschieden genau ordnungsgemäß verabschieden hier damit haut rein und subscribt alle Active Game Mode meine Freunde auch natürlich auch alle die hier mitwirken so sieht es aus also wenn ihr natürlich wollt ne keiner ist hier gezwungen vielleicht zwingen euch die anderen aber ich zwinge euch nicht ne ich zwinge euch dazu wir machen es hier noch kurier ihr müsst warte mal Emi dann komme ich aber zu dir mit wenn man es weiß ja äh wolltest zu mir kommen ja wolltest hier ah ja genau siehste dann sagt die Cari auch tschüss und äh da komme ich aber auch ja dann komm her so ja wenn dann gemeinschaftlich genau das ist total niedlich total süß ja Steffen da ist es gut dann schauen wir alle zuversichtlich äh in die Ferne und in die Zukunft in die Zukunft und ich habe ihn gerippt was uns das nächste Mal bringt danke fürs zugucken und bis dann tschüss bis dann tschüss tschüss